Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der weißfarbe SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat, Sitzheizung und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2